und damit halli hallo und herzlich willkommen hier auf öPNV simulation ich bin's der bio begrüßt euch ganz herzlich und freue mich natürlich dass ihr einschaltet hier zu einem neuen lotus video wieder mal hier auf diesem kanal wir sind heute auf der karte straßenbahn forsthausen oder aber er straßenbahn köpenick unterwegs denn das ganze merkt man nun mittlerweile immer mehr an die ganzen bilder die der liebe joe jetzt ja hier aktuell veröffentlicht zeigt eigentlich schon dass es sich hierbei nicht mehr nur noch um straßenbahn forsthausen handelt sondern dass das ganze jetzt hier mittlerweile die linie 62 in berlin-köpenick ist also mittlerweile kann man das ganze wirklich nicht mehr abstreiten die parallelen sind auf jeden fall da es sind zwar natürlich nicht die original objekte was natürlich ganz klar ist und wir sind ja vor einiger zeit hier schon mal wieder abgefahren wir haben eine vorab version bekommen und ja diese vorab version oder allgemein die version die jetzt auch im workshop schon erhältlich ist gab es wieder mal ein kleines update und das möchte ich euch heute zeigen zusätzlich heute noch eine andere sache die hier in meinem eigenen anliegen noch liegt und deswegen würde ich sagen diese kleine update was wir hier haben ist nämlich diese kreuzung er hat auch schon ein weiteres bild veröffentlicht wo wir schon also den S-Bahnhof Köpenick hier schon abgebildet haben ja also das ist hier auch schon vorhanden nur in dieser version aktuell nicht da müsst ihr mal im forum vorbeischauen aber ich denke mal das wird in den nächsten tagen wahrscheinlich sowieso online gehen und das ist wie gesagt das neue was jetzt hier neu dazu gekommen ist und zwar nämlich in meiner alten version war es halt nämlich so gewesen dass ja die die haltestelle hier auf der rechten seite war hier die war hier auf der seite die spricht die fahrgäste mussten immer so praktisch über die straße rüber laufen damit sie halt zur straßenbahn kommt das ist natürlich absolut nicht richtig die straßenbahn hat nämlich hier ihr eigenes haltestellen abschnitt und dieser hat er jetzt praktisch halt wunderbar schön umgebaut und ich muss ganz ehrlich sagen das kann sich doch mehr als sehen lassen also er baut ist das ganze hier richtig großartig um also so dass man hier halt immer mehr sieht dass das ganze hier nicht mehr wie gesagt straßmann fausthausen ist sondern irgendwann mal wahrscheinlich auch eine namensänderung eventuell bekommt muss man mal gucken aber er ist auf jeden fall dran und macht das hier halt richtig großartig ich bin zufrieden dass ich die karte geben konnte und joe hat diese karte wirklich bearbeitet macht und tut dass es hier irgendwann mal vielleicht ja doch mal die komplette linie 62 eventuell ja hier vorhanden sein wird hier für den lotos simulator ich werde natürlich versuchen den lotos also den 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 joe nicht den lotos sondern den joe so gut wie möglich zu unterstützen halt zwecks objekte oder sonstiges was ich da irgendwie dass wir da bestimmte gebäude eventuell nachbauen und diese hier auf diese karte setzen können also sprich jetzt hier zum S-Bahnhof Köpenick das nächste ist jetzt den S-Bahnhof Mahlsdorf hier vielleicht noch das Köpenicker Forum ja das sind halt solche Sachen eventuell mit drinnen sind damit man halt wieder erkennungswerten ja wieder bekommt oder auch hier an der ecke halt also jetzt nicht an der ecke weil hier also nicht an der ecke weil hier steht ja der Bahnhof sondern hier hinter ist ja auch noch mal also gegenüber dem Köpenicker Forum ist ja noch mal ein Einkaufszentrum hin gebaut worden dass man das eventuell auch noch mit integriert so dass es halt sich irgendwann mal richtig anfühlt wie ein Köpenick ja dass das ganze halt wie gesagt nicht mehr Straßenbahn Forsthausen ist sondern ja auch ich glaube in den kleinen Update was er jetzt mit reingetan hat ist jetzt hier baut er ganz leicht wir haben eine Kurvenüberhöhung mit ein das finde ich eigentlich auch sehr sehr cool weil so platt ist es eigentlich nicht das fährt sich nicht realistisch der Zug der neigt sich schon und das muss natürlich hier dementsprechend halt auch drin sein weil sonst fühlt sich das alles irgendwie gefühlt nicht richtig an ja auch wie mit dem Zebra Streifen und alles sowas also auch das ist eigentlich schon eine relativ coole Sache ja sonst seht ihr hier es sind trotzdem heftig viele Bäume hier weiterhin verbaut auch wie gesagt ist ja die Karte ja eigentlich komplett befahrbar also ihr wisst ja schon dass das hier einfach nur ja so ein Stellhändchen ist ja wenn er jetzt hier das ganze noch nachladen würde wäre das großartig hier wie gesagt hier hinten diese Baustelle hier die ist natürlich hier Quatsch ne ihr könnt da meiner Meinung nach einfach durchfahren und dann habt ihr sowieso die ganz normale Strecke die äh weiterhin ja sowieso existiert aber wie gesagt das ist glaube ich Sinn der Sache die wir hier heute haben sondern mir geht es halt einfach nur um das kleine Update was jetzt hier neu wie gesagt mit reingekommen ist hier in äh Straßenbahn Forsthausen also wie gesagt das ganze wird gemoddet die ersten Bilder halt von dem nächsten Update wie gesagt sehen persönlich meiner Meinung nach auch schon sehr großartig aus das hat er auf jeden Fall ziemlich gut umgebaut bekommen halt auch mit Brückentool ja also das ganze hat er sich auch schon angetan und so wie ich das jetzt verstanden habe ist er jetzt schon der zweite der jetzt sagt also das Brückentool ist nicht irgendwie super gelungen also da muss man auf jeden Fall nochmal seitens Lotus noch irgendwie nachbessern auf jeden Fall ich selbst habe mich da noch nicht reingesetzt ich weiß noch nicht im Endeffekt wie das aussieht das musste ich mir vielleicht auch nochmal anschauen ähm kommt aber spätestens zu der Karte Großkreuz auf jeden Fall noch dazu zweiter Punkt zu den ich hier heute ansprechen möchte das Video wird auch gar nicht allzu lang werden gehe ich mal stark davon aus das wird wahrscheinlich mit einer der kürzesten Lotus Videos vielleicht weiß ich nicht ähm ist ja natürlich so dass ich ja euch vor einiger Zeit ja meinen T24 vorgestellt habe ähm das war noch in zu Zeiten in Blender wo das Ganze halt natürlich noch gebaut worden ist ja wo ich das ganze Stück für Stück zusammengebaut habe und jetzt ist so der Punkt so langsam erreicht dass ich jetzt hier sagen kann er befindet sich bereits in den Lotus Simulator und den möchte ich euch heute zeigen das ganze ist allerdings noch work in progress ja Leute das Ding ist noch nicht fertig und hier seht ihr das erste Mal bewegt das Bild ja von meinem T24 hier in den Lotus Simulator also das ist kein Fake das sind keine Fake Sachen oder sowas ja die ich hier poste im Forum also in der offiziellen Lotus Forum Seite oder auch bei uns auf dem Discord ja die Straßenbahn ist tatsächlich bereits in den Lotus Simulator schon integriert ähm es fehlt natürlich jetzt äh das ganze andere drumrum ja also wir müssen noch die einzelnen Sachen es ist noch nicht komplett modelliert halt ähm auch sind die Texturen noch nicht so ganz geil finde ich persönlich ich habe mich da bereits jetzt auch schon mit ähm ein Museum kurz geschlossen mal schauen ob die sich da eventuell melden nochmal um mir halt äh vielleicht bessere Texturen zukommen zu lassen oder dass ich persönlich mal hinfahre und einfach mal äh Bilder vom T24 nochmal mache um das ganze nochmal richtig perfekt äh abzuarbeiten halt ja denn die Texturen sind alles andere als schön finde ich ihr seht äh wir haben hier auch schon drinnen hier unseren Fahrgastraum ne den ich hier auch schon so ein bisschen äh ausgebaut habe in der aktuellen Version die jetzt hier noch nicht drinnen ist ähm sind hier oben schon das komplette Gestänge drin und alles sowas ja die die Halterschlaufen so dass äh die Fahrer also die Fahrgäste sich natürlich festhalten können sowie die Lampen sind drinnen die sind jetzt hier ähm aktuellen Video jetzt äh so jetzt hier im aktuellen Modell halt noch nicht drinnen aber man sieht halt auch schön ne die Sitzpolster und alles sowas also das funktioniert schon so wie der Fahrerplatz hier vorne der ist provisorisch halt auch schon vorhanden ne jetzt führen bloß noch die ganzen Schalter und das ist so der Punkt wo ich jetzt langsam äh schwitzen komme denn hier brauche ich natürlich Original Bilder und Bilder sind hier vom T24 echt Mangelware deswegen muss ich äh habe ich mich jetzt halt wie gesagt mit der Webseite kurz geschlossen um mal zu gucken ob ich da vielleicht mal eine kleine Einladung bekomme oder die mir halt äh ein paar schöne äh High Quality Bilder schicken können und sonst ja haben wir hier eigentlich das grobe und ganze schon äh modelliert es ist alles mega unscharf ja also hier wir haben hier eher so ein Pixelbrei als alles andere was ich persönlich nicht schön finde ja also das ist jetzt nicht so dass ich jetzt sage oh finde ich klasse ich finde das selber nicht schön aber aktuell wie gesagt äh sind Bilder wirklich Mangelware im Original mit BVB ähm Logo ja und sonst haben wir hier soweit einfach alles ähm schon äh ja ausmodelliert was ich ein bisschen schade finde ist dass das mit der Höhe hier nicht ganz hin passt also ich habe auf jeden Fall die Originalmaße mir aus dem Internet besorgt vom T24 das passt aber irgendwie nicht mit diesem Oberleitungssystem hier zurecht ich weiß noch nicht woran das liegt vielleicht ähm ist der Aufbau hier oben noch ein bisschen zu hoch aber wirklich tiefer setzen kann ich ihn tatsächlich gar nicht mehr also da muss ich mal noch gucken äh wo da jetzt äh Problem halt vorhanden ist um das Ganze halt äh noch auszubessern und wie gesagt hier oben ich finde das ist auch auch ein bisschen sehr dünn geraten alles also da müsste ich vielleicht auch noch mal ein bisschen ran so vom ähm ja Pantograph halt her und äh ja sonst wie gesagt fehlt natürlich das komplette andere ja das Ding äh fährt noch nicht ja es rollt zwar wenn du halt eine Karte mit DEM hast rollt sie schon sie rollt auch richtig ja also das ist schon mal ein Vorteil ja nicht dass sie da irgendwie so aus äh außer Haut fährt oder sowas also sie rollt schon äh in der richtigen Position halt aber jetzt geht's natürlich darum dass das Ganze jetzt gescriptet werden muss jetzt ist natürlich die Frage falls irgendwer sich gerne freiwillig melden möchte der kann nämlich ja gerne mal anschreiben der das Skripten eventuell übernehmen würde ich hab bereits ähm jemanden eingeschrieben ich hoffe dass er sich vielleicht da bei mir nochmal äh direkt nochmal meldet er hat es gesagt er hat jetzt gerade etwas zu tun wird sich aber auf jeden Fall nochmal mit mir nochmal äh kurz schließen ähm ähm aber auf jeden Fall dass das Ganze hier kein Fake ist oder sonstiges der T24 ist bereits im Noto Simulator drinne und ähm ich werde natürlich mein Bestes geben hier das Ding halt fertig zu bauen halt weil das halt wirklich mein aller allererstes Vehikel ist was ich jemals für irgendwas gebaut habe das ist jetzt eigentlich so mein Herzblut was jetzt hier drin steckt jetzt aktuell im T24 weil es halt mein erstes Fahrzeug ist so wie gesagt ich habe nichts mit oben sich zu tun gehabt ich habe nie früher mit dem Microsoft Reinsimulator irgendwelche eigenen Fahrzeuge gebaut oder sowas strecken ja Fahrzeuge nein und das ist wie gesagt mein allererstes Fahrzeug was ich jetzt in Blender Stück für Stück selbst zusammengearbeitet habe ja also da ist jetzt nichts von irgendwas kopiert oder sowas es ist wirklich alles einzeln von mir Stück für Stück selbst zusammengebaut auch muss man hier sagen natürlich sieht das Ding nicht optimal aus und äh ganz ehrlich für jemand der vielleicht jetzt gerade aktuell 150 Stunden mit Blender jetzt verbracht hat kann es noch nicht optimal aussehen und ich habe auch noch nicht alle Kniffe raus ja und ich weiß noch nicht wo man Polygone sparen kann und wo nicht das lernt man halt mit der Zeit aber das lernst du halt nicht nach 100 Stunden sondern das kommt erst bei weiß ich was ja und deswegen muss man hier mal so ein bisschen sagen es ist halt ein bisschen schade wenn dann da immer gleich so ein kleines Gehäte mal losgeht klar ist jetzt halt nicht das Modell für jeden Mann ja das ist halt eine Straßenbahn aus den 1930ern ja also 1930 1940 so in dem Dreh das ist schon ein bisschen sehr alt ja mag mag sein wie gesagt davon gibt es noch eine weitere Variante aber die möchte ich jetzt hier noch nicht ankündigen ähm auf jeden Fall ist das jetzt mein Projekt hier was ich auf jeden Fall fertigstellen möchte und ähm wenn da irgendwo Hilfe natürlich da ist ähm dann nehme ich sie sehr gerne an auch wenn zum Beispiel jetzt jemand von euch jetzt die Tage jetzt irgendwie mal ins Museum geht oder sowas ja äh in so Nahverkehr Museum oder sowas und da steht zufällig ein T24 rum Leute knipst alles was ihr knipsen könnt ja also alles was äh da ist kann man auf jeden Fall hier gut verwenden und das halt ans Modell bringen hier ähm damit das hier halt irgendwann mal ja ein schönes Projekt hier eventuell wird mit dem T24 ähm sonst habe ich wie gesagt alles was ich hier so sehe alles aus Bildern nur entnommen ähm ich selbst stand noch nicht vor dem T24 also alles was ich jetzt hier gebaut habe habe ich tatsächlich nur aus Bildern gesehen wie gesagt hier unten haben wir zum Beispiel noch ähm das ist auch ganz interessant hier hier ist nämlich hier oben diese diese Abdeckung hier da ist zum Beispiel noch eine Lampe drunter oder zwei zwei Glühbirnen sind dann auch drunter wie das Schild hier zum Beispiel beleuchten ja also das 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 äh siehst du dann halt zufällig mal also ich versuche hier schon wirklich mega aufs Detail zu gehen ja also sieht man ja eigentlich so in in der Regel auch ja wie gesagt wenn die Texturen jetzt halt nur noch ein bisschen schärfer wären dann würde das wahrscheinlich gar nicht alles so schlecht aussehen wie gesagt am schlimmsten bin ich mega unzufrieden mit dem Innenraum hier also das gefällt mir alles noch nicht so hundertprozentig ähm aber wie gesagt ich wollte euch nur zeigen sagen dass ähm T24 jetzt nicht in verschollen verschollen ist oder in Vergessenheit geraten ist er existiert und er wird auch eines Tages für den Luftwassungsmonator verfügbar sein aber auf jeden Fall wartet noch eine ganze Menge ab Arbeit ähm aber ich wollte euch nur zeigen so weit so gut wie gesagt falls ihr jetzt halt nicht auf dem Discord seid bei uns oder halt im Forum aktiv seid und selber mal wissen wolltet was so los ist mit dem T24 bitteschön da habt ihr jetzt so bewegtes Material ja also freut mich selber natürlich dass äh ich das geschafft habe dass äh zumindest schon mal dieses Fahrzeug ich hinstellen lassen kann und jetzt äh schön jetzt so mit meinem GT6 jetzt an diese Straße mal vorbeifahren kann weil das funktioniert tatsächlich schon ich kann sie halt platzieren so oft ich möchte ähm ähm ja das sind schon mal kleine Fortschritte und über diese kleinen Fortschritte soll man sich auch freuen ne hat mal jemand so gesagt und ähm wie gesagt ich bin gespannt äh was aus diesem Projekt wird hier denn wenn das hier fertig ist steht auch schon das nächste Projekt an und ja also es ist halt einfach unglaublich viel zu tun also ich finde es aber bis jetzt äh für für fürs erste Fahrzeug kann sich das doch mehr als sehen lassen ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten schreibt doch mal ähm mal was äh schickes rein oder sowas ne baut ihr zum Beispiel gerade selbst an eigenen Sachen oder sowas oder benötigt ihr irgendwo zum Beispiel Hilfe oder sonst irgendwas dann schreibt es hier in die Kommentare ich hab ne äh tolle Community kommt am besten im Discord vorbei denn da haben wir auch ein paar Leute die äh mittlerweile schon ein bisschen was mit äh 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 den Lotus Simulator und Blender bereits schon tolles bauen erreichen hier also wie gesagt auch da falls ihr da irgendwelche Fragen habt dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen oder hier halt einfach in die Kommentare posten und sonst ja bin ich mal gespannt was der liebe Joe hier noch aus Straßenbahnvorsthausen Haus holt äh auf jeden Fall denke ich mal werden wir hier noch ähm ähm schon noch sehr eng zusammenarbeiten also ich bin von dem Projekt Straßenbahnvorsthausen neulich ganz raus also da braucht ihr euch keine Sorgen machen ich werde ihn jetzt äh erstmal mit äh wahrscheinlich mit Objekten füttern damit er das Ganze natürlich hier wunderbar hier in Szene setzen kann und das dass er das kann das hat er mit der Linie 68 ja bereits äh bewiesen dass er das kann und ja sonst würde ich sagen verabschiede ich mich jetzt hier erstmal von euch ja tut mir natürlich leid dass wir jetzt hier nicht gefahren sind und das eigentlich eher wie ein Lava Video war aber das sind so zwei Punkte die ich euch zeigen wollte gerade wie gesagt beim T24 wurde oft gefragt was ist denn eigentlich damit und äh äh dieses Video soll praktisch dazu dienen dass ihr da jetzt ein bisschen Information bekommen habt jetzt hier von mir und sonst würde ich sagen sehen wir uns in dem nächsten Video hier wieder wenn es weiter geht mit dem Lotus Simulator ich würde mich natürlich freuen wenn ihr wieder dabei seid verabschiede mich hier sage danke fürs Zuschauen tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal tschüss